servus herzlich willkommen meine lieben zu einem nächsten reakt von mir heute sind wir wenn sie jetzt oben rechts schon bei der fail army zu gast fels ja über andere menschen lachen die fehlen bin ich bin ich vorne dabei leider die besten winter fails ist jetzt drei oder vier wochen altes video schauen wir mal ob es tatsächlich nur winter fehlt sind man sieht jetzt schon okay stilfahrer klar immer für ein fehl gut aber mal was uns das video bietet würde ich sagen legen wir los geht es schon gut los ja bin ich raus würde ich niemals machen so was nur fand ich jetzt mal nicht schlimm ja würde ich sagen falsch gelaufen instant karma bisschen gestürzt da würde ich sagen selber schuld selber schuld heute schon genickt so was hat das jetzt mit winter fail zu tun auf jeden fall blöd gelaufen ja genau weiter geht's was macht ihr das war nichts das war nichts ich habe nur drauf gewartet das fährt will nicht so wie du willst glaube ich ich glaube da ist glatt und das war der briefkasten jawohl und das war der briefkasten jawohl oh und nicht geschafft was finde ich ja krass das würde ich auch machen das würde ich auch machen glatt glatt aber du siehst ja schon die eisbahn das finde ich auch immer krass gibt es auch eine zeitlupe tja die schwein mag die polizistin ja genau wie komme ich auf so eine idee im winter das zu machen glatt glatt dumm gelaufen der hat auch glück gehabt das hätten die eier sein können es war so klar gott sei dank ist ein kleiner pool und tschüss nie wieder gefunden der wollte cool sein so was finde ich cool das ist auch geil das ist ja geil das war das durch ich würde sagen das war knapp leck mich fett ouch ah deswegen gehe ich nicht eislaufen er hat es drüber geschafft und trotzdem gefehlt das ging leicht vorbei so ist es natürlich wieder geil schade aber das fand ich cool das hätte mir jetzt auch spaß gemacht bloß die schaufel oh je mit so schuhen bei dem wetter selber schuld sie kämpft kämpft gut hat sie ihn gekriegt das wird nix das wird nix das ist scheiße kalt das wird auch nix was machen die denn keine gute idee bei dem wetter glaube ich cool aber scheiße dem geht's gut ich glaube da ist leicht glatt ja gut da gibt es ja richtige veranstaltung dafür noch jawohl und tschüss ja der ist weich gefallen ja genau nackt oder in unterwäsche tut gleich mal noch viel mehr weh das wird nix das mögen Tiere nicht der war schnell und dann auch noch da reingeflogen tja nicht mehr bremsen können mehr gas geben ja mehr gas geben passt voll auf den arsch geböllert selber schuld wenn man so eine scherze machen muss warum das war so klar leute ihr müsst es auch richtig fest machen und nicht an der stoßstange oh oh der hat ein reifen verloren äh ja bei dem wetter erst mal voll im auto eingeschlagen oh das ist scheiße das hasse ich auch also im winter wenn es richtig kalt war nachts und dann auf der autobahn fahren mit lkw ich hasse es genau wegen sowas weil das passiert nämlich öfters mal leider weil die ihre trailer nicht freimachen ach gut ich wäre derjenige der mit diesem mit diesem pinguin oder was auch immer du da hast geil so ist es geil da wäre ich voll dabei Fahrradfahren bei dem wetter schwierig da kannst du immer froh sehen wenn sie sich den kopf nicht anhauen der hat schmerzen zum glück ist der gleich weitergefahren Jawoll, Alter. Geil. Ja, da ist es ein bisschen dünner, das Eis. Das sieht man. Genau im richtigen Moment. Na gut, der fordert es aber auch heraus. Oh je, da hat es geknallt. Aber er merkt dasselbe, da kann er kaum laufen. Schau, Handy. Das ist ganz schön heftiges Eis. Es ist ins Räumfahrzeug, freigeschoben werden muss. Weißt du Bescheid, ey. Was ist deine Mission? Zack. Oh, richtig schön in den Nacken rein. Jawoll. Oh mein Gott. Ball auf die Schulter. Autsch. Aber Hauptsache kurze Hosen an, ne. der gute alte Subaru. Und tschüss. Wow, geil. Aber leider auf dem Arsch gelandet. Aber geil, geiler Stunt. Oh oh. Da sitzt ja gar niemand drin. Ah, ich sehe es schon. Und tschüss. Jawoll. War zu erwarten. Wie sie schreit. Kommt eher abart. Hat sich weh gemacht. Autsch. Lachen. Wie kann man bei so einem Wetter Fahrradfahren überhaupt überlegen? Und tschüss. Aber beide. Ich glaube, der ist leicht betrunken. Wie kannst du auch nicht mehr helfen? Dude. Oh man. Wie sieht der Schulhaus aus? Ja. Beste Idee bei dem Wetter. Ich glaube, der fällt um. Auch noch in die falsche Richtung. Glück gehabt. Echt Glück gehabt, ey. Dass der nicht in die Scheibe rein ist. No one was harmed. Okay. Das rollt jetzt bestimmt gleich los. Ja. Es rutscht weg. Hinten. Was das jetzt mit Winter zu tun hat. Nur weil sie jetzt Mützen aufhaben. Aber gut. Oh oh. Nein. Okay. Winterparty. Oh oh. Und tschüss. das ist dumm gelaufen die lache von ihm und tschüss tschüss der rutscht auch einfach nur noch keine chance aber langsam schön langsam runter und tschüss ja gut das war klar wenn du in den schnee reinkommst ist vorbei sehr gut ausgewichen selber schuld aber die haben gut drum gekämpft wie ein käfer keine chance alter keine chance er hat versucht den parkplatz weit zu machen das ist aber schon älter oder scheiß qualität du musst loslassen du musst loslassen du musst loslassen ich hab gedacht die platzt jetzt und tschüss der blick hinterher und du siehst genauso und tschüss unglaublich oh der ist schon kaputt ja alles klar und tschüss so teure autos ist immer scheiße das ist ja immer schön das war so klar aber gut das ist nur ein pool es ist kalt danach vielleicht eine erkältung aber zumindest passiert nichts die hebt sich an dem kind fest das ist unglaublich oh oh so lange es zum mülltonen sind ist noch okay die gehen jetzt hinterher oder ja klar war so klar der jagdtrieb die hunde wollten das die hunde und ich verbremste keine chance Ach du Scheiße, ist das Schnee, ey. Cool Französisch. Alter, der ist voll in den Schneeberg rein. Oh, ich weiß, ich glaube, ich weiß das bisschen, oder? Kommt der Schnee von oben runter? Ja. Zack. Und alles wieder dahin, wo er gerade geräumt hat. Jawohl. Oh, der Bus rutscht. Komm, komm. Ich kriegst du nicht mehr gebremst. She goes. F***. Wie cool. Holy s***. Let's get the f*** out of here, Charlie. Holy s***. Wow, ein Elch, alter. Ich glaube, der will die Karotte, ey. Tschüss. Na gut, aber das war ja anders. Ich glaube, der will die Karotte, ey. Schnee ist auch glatt. Alter, wie sieht das aus. Aber es funktioniert wohl, ey. Aber es sieht geil aus. Ich glaube, der ist so richtig entspannend, ey. Ich glaube, der mag den Schnee. Voll kein Bock. Da kam wohl ein bisschen Wind. Ja, also Fail Army kann man immer wieder gucken. Kann ich nur empfehlen. Gibt viele. Best Fails of the Year, Best Fails of the Week. Können wir gerne öfters mal reinschauen, wenn euch das gefallen hat. Das waren jetzt die Best Fails of the Year. War jetzt nicht alles unbedingt Winter fand ich. Aber waren gute Sachen dabei. Natürlich viele Schneefahrer, äh, Schneefahrer. Alter, oh, Alter. Schneefahrer. Skifahrer und Snowboarder, logisch. Schlitten fahren. Das ist halt Winter. Wenn euch sowas gefällt, machen wir gern mehr davon. Dann machen wir auch mal Try Not to Love Fails. Und so weiter. Immer gerne. Lasst gerne Like, Kommentar, Abo da. Wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.